Gut, Leute, dann schauen wir mal. Heilen können wir uns zwar nicht, aber wir können hier wenigstens jetzt Damage machen. Das ist doch auch schön. Ich wollte gerade meine Legion rufen. Das geht ja nicht, stimmt ja. Ups. Aber wir haben auch eh krass viele Leben, muss ich sagen. Oh, wir heilen uns, wenn wir sie hitten. Okay, das ist mega gut. Oh mein Gott, dieser Fight ist episch des Todes. Deswegen habe ich jetzt einen neuen Part draus gemacht. Weil es einfach geil ist. Das ist zwar anscheinend nicht so schwer, wusste ich. Darf ich auch so werfen? Was soll ich das machen? Oh, so. Boah, ich mag auch die Musik. Es könnte tatsächlich Endboss sein. Ich weiß, das habe ich schon öfters gesagt bei Jena und so, aber das hat einfach Endboss Niveau für mich. Okay, das war ein Fehler. Aber wir machen weiter. Mal gucken bloß, ob wir überhaupt Gehalt werden, ist die Frage, ne? Ach so. Oh, oh, smashed. Oh mein Gott. Oh, yeah. Oh, yeah. Give one an. Und Akira is down. Mein C sogar rüber. Okay. Was passiert jetzt? So, ja? Du bist verrückt. Dzisiaj był najważniejszy. W końcu. Jesteśmy przygotowani na ostatni etap. To znaczy... Tak. Projekty NOAH przyjeżdża. Rozumiem. Zajmę przygotowania. Zajmę przygotowania. Zajmę przygotowania. Das stimmt gar nicht. Eine Sache haben wir gar nicht beendet. Aber wird ja auch gar nicht angezeigt. Na gut. 70% der roten Materie haben wir entfernt. Sind immer noch Experte. Und ja. Machen wir dann gleich weiter in Kapitel 11. Okay. Wir sollten es doch in den letzten Part packen. Den Fight. Ich bin da nicht so gut drin. Aber egal. Ja. Wir starten fort in Standard Graz. Wow Leute. Also die Story. Ich frag mich halt echt was NOAH ist. Und ich frag mich wie es jetzt weiter geht. Ich mein Kapitel 11 soll ja Finale angeblich sein. Und ja. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und natürlich auf Hyped. Ist ja logisch. Zu neun. Untere Ebene. Delta Gebäude. Zimmer 201. Immer so genau. Und er lief zu uns. Hey. Das ist richtig. Und du weißt du was? Die wichtigste Sache jetzt ist, dass wir weitergehen. Danke. Danke alle. Aber... Ich muss die Wahrheit wissen. Ich weiß, dass ihr alle auch. Dann gibt es nur eine Sache zu tun. Bist du in den Laben. Und hör es direkt aus Yosef. Ich gehe mit dir. Woah, 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 woah. Du bist gerade aus einer Koma. Nicht zu mir. Ich habe lange genug gehalten. Es ist Zeit, dass ich aufstehen. Es ist Zeit, dass ich aufstehen, auch. Es ist nicht möglich. Ich werde dich wieder aufstehen. Ich werde dich gegen mich gegen das. Entstanden? Sollte gut. Na dann. Das macht 3. Wir können es nicht zurück. Ich hoffe, dass du das fertig bist. Ich hoffe, dass du das fertig bist. Sollte dich nicht wieder aufstehen. Sollte dich hier noch nicht wieder aufstehen. Ich hoffe, dass du es fertig bist. Wie geil. Also immer, wenn es aufgeladen ist, anscheinend. So, spinnt. Haben wir jetzt mal die schwarze Ausrüstung. Bitte. Kostümstühlen. Da war das ja immer. Nee. Ach. Einfache Zivilkleidung. Hafrabe und Frisur. Ach so. Ah. Nee. Ich finde ja die Standard-Frisur im Geisten. Hafrabe macht auch keinen Sinn, dass wir sie ändern. Deswegen lasse ich das Augenunternahme auch nicht. Also nur die Ausrüstungsfarbe. Okay. Ah. Habe ich nicht die schwarze. Das wäre doch so geil. Doch. Ich mach mal alles. Ähm. Ja. Hemd. Nein. Hemd war glaube ich da. Rot. Hose. Schwarz. Stiefel. Rot. Jacke. Was ist das? Ach. Schwarz. Äh. Rüstung. Rot. Ja. Langsam mit zwei Farbe an. Knieschützer. Knieschützer. Okay. Ne. Da mach ich auch schwarz. Ops. Er schaut nicht alles gleich aus, aber ja, speichern. Ey, du wirst mich verarschen. Oh. Dann halt nochmal alles. Stiefel. Rot. Gut. Jacke. Äh. Schwarz. Ich hab's gleich, wenn ich's jemals speichern würde. Und die Krawatte kann ich eigentlich rot machen. Hä? Achso, weil ich keine trage. Alle Änderungen verwerfen. Nein. Mit x speichern. Achso, nein. Warte. Hemd. Schwarz. Da mach ich rot und schwarz. Sehr schön. Und jetzt speichern wir das. Ja. Ich bin sicher, dass es gespeichert wird. Werte Farben werden in diesem Slot gespeichert. Ja. Okay. Lieblingsfarben 1. Okay. Ausrüstungsfarbe. Ja, ich möchte schon das jetzt benutzen. Okay. Jetzt noch die Legion ganz schlicht schwarz und rot. Da schau. Kommt auf dem ganz ähnlich, oder? Bloß, dass meine Kette blau ist. Okay. Oh, stimmt. Ich muss warten. Oh, ich hasse das. Aber muss ja sein, Leute. Für das letzte Kapitel vermutlich will ich dann doch nochmal, dass meine Legionen aufgerischt sind. Komm schon. Ey, du bist gar nicht so dreckig. Habe ich dich nicht so viel benutzt. Na, du dagegen umso mehr. Obwohl auch nicht an den Armen. Moment. Nur bei der Schwertlegion war es bis jetzt so krass. So. Und bei dir? Ja, gut. Dich habe ich aber auch viel benutzt. Das gebe ich sogar zu. Bei der Schwertlegion merke ich es irgendwie nie so. Aber gut. Aber wir müssen dann auch noch upgraden. Ja, es dauert noch ein bisschen. Zack. Und... Aber bei der Farbe weiß ich wenigstens schon, was ich will. Das ist doch gut. Ah, wir müssen dann auch noch upgraden. Hier. Und der Arm noch. Okay. Ach, das war es danach auch schon. Ja, nur noch das da. Aber du warst ja so stur und jetzt bist du glücklich. Gut. Legionsfarbe. Ähm, tue ich mal die da bearbeiten. Nein, die haben wir ja schon mal bearbeitet. Ändern. Auf. Das erste sollte schon... Seriously? Das ist doch... Sag nicht, dass es kein Schwarz gibt. Wieso denn nicht? Okay, das sieht kacke aus. Hä, das blicke ich nicht so ganz. Aber okay. Dann... 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 Dann mach ich das Schwarz-Weiß. Oder was? Keine Ahnung. Legionsfarbe. Das da ändern. Da kriegst du Rot. Ne. Was? Die dritte Farbe. Ich will es doch noch nicht behalten. So, dann mach ich da halt ein ganz dunkles Blau. Und die zweite muss aber noch geändert werden. Ja, oh. Das sieht gut aus. Das behalte ich. Perfekt. Habe ich das jetzt bei allen oder nur bei der? Also wird es bei der hier nicht gespeichert. Einfach auch die da. Okay. Sehr schön. Freut mich, dass das auch mal hinkaut. So, begib dich zum Aegis-Institut. Achso. I know. But... Hier. Legion-Lebensystem. Das Wichtigste. Erstmal die Schwert-Legion jetzt komplett drauf. Schaffe ich das? Ja. 5000. Das musst du doch reichen. Bitte. Nicht dein Ernst. Das ist... Ich habe doch so ein Saal, der ist... Oh man. Ja, dann lasse ich es aber mal und benutze nicht so viel. Was ist das? Kreisbewegung. Okay. Oh, gut. Das mag ich. Zwei lasse ich übrig, ne? Das sage ich schon mal auch. Nein. Kein Premium-Code. Wir dürfen die Premium-Code nicht verschwenden. Ah, das kannst du lernen. Ne. Und das da ist. Okay, die nehme ich noch. Ich mag die neue Farbe. Komm, wirklich gerne. Ah. Warum mache ich immer das nicht ganz voll gefüllt habe? Aber gut. Gut. Ich will kein Premium-Code verschwenden. Na, dann kommt. Äh. Ich gehe da raus. Und da rein. Ist eine Nebenquest. Hä, genau du. Du hast doch einen Moment, oder? Für mich hier. Wir müssen mal reden. Gleich. Upgrade durchführen. Haben kein Geld dafür, oder? Ach. Ach. Sogar nur dafür. Okay. Limitierte Auffüllung. Plus 10%. Obst. Jetzt habe ich den Premium-Code auch verschwendet. Naja. Ja. Was gibt's denn? Leider fehlt mir das ganze Zeug für die Mittel. Ja, ich besorg's dir. Gelais Royal. Okay. Käfer im Glas. Ganz ehrlich, Leute. Ich glaube, das machen wir nicht. Nee. Fossilien Pulver. Wo gibt's das? Äh. Ich hab gehört, dass es draußen Leute gibt. Sehr schön. Energy Drink. Finde alle Zutaten. Das glaubst du nicht. Jemand hat eine arme Katze auf die Straße gesetzt. Das ist. Die ganz allein auf sich gestellt ist. Ich hab sie gesehen. In ihrem kleinen Cartoon. Okay. Hä? Wo muss ich hier denn hin? Ach. Mit Hall. Aegis Institut. Achso. Ja. Auf geht's. Achso. Ja. Auf geht's. Auf geht's. Better be sure you're really ready. It may be a while before we can come back home. Äh. Ja, ja. You got it. All. Okay. Dann, Leute, geht's jetzt los ins letzte Kapitel. Kapitel 11. Ich weiß nicht, warum's da am Anfang keine Anzeige gab, aber gut. Ich bin gespannt und gehypt, wie das ausgehen wird. Ganz ehrlich. Ah, jetzt kommt's ja. Kapitel 11. Tilgung. Auslöschung, Vernichtung, auch aus gleich bestehender Schulden durch Zurückzahlen. Tilgung also. Sperrbezug, FEA, 300. Obergeschoss. Sehr wie ausgestorben hier. Ah, es hört echt fast gleich aus. Hm. 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 Jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Okay. Es geht bei mir ab. Ah, ich kann jetzt mich fusionieren. Okay. Mach ich jetzt aber noch nicht. Hm. Ich hab doch alles, ne? Es wird ja nicht pro Kapitel zurückgesetzt ist, wenn nämlich mies... Ah ja, tatsächlich. Pfirsichsuppe kann ich noch kaufen. Und Element Tee. Was? Das ist nicht genug Geld. Oh, ich hab nur 2.000. Ich hab gerade 23.000. Upsi, Upsi. So, dann keine Medizin verkaufen, sondern am besten... Nein, nicht sowas. Sowas vielleicht. Ach, hab ich nur eine. Oh mein Gott, die Musik, die macht's ja noch trauriger. Echt. Noch viel trauriger. Ja. Ich bin aber echt mega gehypt drauf. Oh yeah. Okay, Leute. So, dann gucken wir jetzt mal gleich, äh, ja, was da abgeht. Okay. Also, es gibt nur einen Weg. Nur einen Ausweg. Speichert. Heißt Fight? Nein. Ach ja. Ich bin echt gespannt. Wow, 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 Leute. Ich hoffe, das war die richtige Wahl, diesen Aufzug zu benutzen und nicht den anderen. Und ich hoffe, dass das Spiel nicht wieder crasht. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann den Boden durch den Kratzt. Wenn du diese Dürungen öffnest, können wir hier rausgehen. Ah, war mir klar. Oh ja, die Legion schauen mega geil aus. Hast du verstanden? Wir sind aus dem Elevator. Oh. Oh, ich bin... 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 Ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Crazy, was hier abgeht. Ein Premium-Martin, natürlich finden wir jetzt einen. Ein bisschen Verarschung darf ja nicht fehlen, ne? Das sind jetzt aber nicht alles Accuas, oder? Das ist... Das ist... Verdammt! Was ist... Yosef... ...trying zu machen mit meinem Körper? Also, er machte Clones hier! Schöne ist, die haben noch keine... Ja, Legionen! Akira-Klon! Oh! Das Foto wäre sogar noch besser! Oh ja, macht mir halt 95 Damage! Ist klar! Okay, ich glaube... Also, mir kann ich die jetzt gar nicht so krass vorstellen! Ich meine, Akira ist an sich auch nicht so krass! Muss man ja sagen, ne? Tut mir leid, Akira! Aber, ja, ist halt so, ne? Es ist schon traurig, irgendwie gegen sich selber zu kämpfen! Kann ich mir vorstellen, ne? Ei, ei, ei! Ja, das stimmt! Gott, sind das überhaupt Menschen? Oder sind das Roboter? Ja, sind sie auch nicht! Sind billige Fakes! Ah, Akira hat sogar ihre Religion! Das ist wenigstens schön! So, kann ich mich einfach so töten? Oder nein? Nein! Ich muss sie tatsächlich K.O. schlagen! Wenn das jetzt... Wisst ihr, was so richtig das Spiel bei mir runter machen würde? Wenn ich jetzt jede einzelne hier besiegen müsste! Jede einzelne! Oh, hi! Anspieler-Klon! Oh, ups! Sie kann gut gegen sich selber ankommen, will ich sagen! Diese Fähigkeit, dass ich mich fusionieren kann mit meiner Legion, und die will ich mir jetzt ein bisschen aufsparen! Ach! Die halten ja an sich gar nicht viel aus, ne? Sehr schön! Ja, ja, ich glaube nicht! Oh, doch! Die jetzt irgendwie schon! Vielleicht war die andere auch angehittet! Ich weiß ja nicht! Ups! Ich kann, glaube ich, echt nicht mit so Großschwertern kämpfen! Ich weiß ja nicht! Akira! Also, die wahre Akira! Nicht die Clones! Das Ding ist halt, wenn die sich genauso anziehen wie ihr, wie soll ich sie erkennen? Haben wir den Werten vielleicht? Ich weiß es nicht! Auf jeden Fall, jetzt geht es ja ganz gut! Und es waren keine neuen mehr auf! Das ist ja auch sehr wichtig! Ein Rung! In den Hügel! Ah! Ich gehe! Josef braucht, die Antwort auf was er getan hat! Dann ja, let's go, würde ich sagen. Hast du recht, Akira. Da können wir uns wieder trinken kaufen. Ihr seht... Ah, ist ein Spiegel. Ich habe schon gedacht, das sind nochmal so viele. Ihr seht, man kann sich hier wenigstens immer voll heilen. Aber wir haben ja alles, ne? Kaufen. Habe ich das vorher gar nicht gemacht. Okay, was mir gerade aufgefallen ist... Bei den Items. So hätte ich vielleicht... Warte mal, das habe ich noch nicht ausgerichtet. Doch, aktiv steht da sogar. Jet Jelly aber nicht. Bestätigen, zuweisen. Bombe habe ich jetzt eh nicht gekauft. Heißt, ich kann die nehmen. Jet Jelly plus, okay. Ah, ist nur noch Heilung. Okay. Dann passt's ja. Dann weiter. In Richtung, keine Ahnung, wo auch immer wir hin müssen. Ich weiß wirklich immer noch nicht, was Noah sein soll. Aber ja, wir werden's, denke ich mal, demnächst schon rausfinden. Und Akira, warum rennst du ohne mich vor? Manometer. Oh mein Gott, das erinnert mich so an Bayonetta. Ah, ihr glaubt es mir gar nicht. Ah. Hi. Ah, ihr wollt gar nicht kämpfen. Na, wenigstens. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich kämpfe gegen die. Aber, nein. Ah. Jetzt muss ich gegen sie kämpfen. Okay. Den einen habe ich Gott sei Dank schnell tot gemacht. Denn er war noch nicht verwandelt. Oh, aber ihr seid neu. Ist mir ganz so aufgefallen. Forscher, bitte. Das ist auch was Neues. Du bist nämlich auch neu. Was bist du? Ein Gladius. Komm schon, Treffersturm. Sehr schön. Immer schön zuerst auf den Großen. Ach Gott, geht doch nicht auf mich. Ah, perfekt. Akira, where are you? Ganz ehrlich. Was mich noch interessiert ist, wie lang geht das? 1 von 16. Oh, dann haben wir doch noch eine Menge vor uns. Oh mein Gott. Zwei Gladiusse, glaube ich. Oh, ich habe da noch was Neues gesehen. Was war du da? Ne? Ja. Was bist du? Ein Handschuh. Okay. Oh, ich habe gerade gesehen, wir sind voll. Was das belangt. Tja, ein Momentchen. Erstmal kurz die Truhe. Ey, Armlegio, du kannst eigentlich angreifen. Hätte ich nichts dagegen. Oh, hi. Super, dass einer gefesselt wird, ne? Dann kann ich den wenigstens tot machen. Jawohl. Aus dem Weg. Ich glaube, der ist einfacher zu besiegen. Ja, definitiv. Deswegen zuerst zu dem. Oh, das war gerade perfekt, dass ich das so gemacht habe. So gehandhabt habe. Denn da war ich in der Luft, als der andere angegriffen hat. Perfekt. Boah, down, einfach richtig runtergesmashed. Habt ihr es gesehen? Aki und Duwe solltest jetzt auch kein Problem mehr sein. Ja. Kombi. Sehr schön. Und das war's. Ich glaube, das war auch ein ganz guter Fight, ne? Sagt er und bekommt Rang D. Jeder kennt's. Jeder weiß Bescheid. Ei, ei, ei. So, weitere Akira-Klone. Nein. Bist du nicht. Akira, mach dir nicht solche Vorwürfe. Ich weiß jetzt nicht, worum ich gehen muss. Ich geh jetzt mal hier längs, weil... Why not? Oh mein Gott. Kämpf mal bitte Legion. Ach so, ja genau, während ich meinen Speicher leer... So. Wie kann ich alle auswählen? Alle auswählen und löschen. Ja, hallo löschen. Ja. Schöner Filter noch dazu. Forscher Ritter. Ne, hab ich vorher eigentlich schon fotografiert. Aber okay, who cares. Ich weiß, ganz ehrlich. Ich nicht. Ich kehre es nicht. So. Kleine Forschungsstation. Die sind ja auch irgendwie eingesperrt mal wieder. Ich weiß echt nicht, ob ich hier runtergehen soll. Ah, ja, okay. Gebt euch das einfach mal. Wow. Wie so ein Kolosseum aus Akiras. Wisst ihr? Was ich meine. Krass. Joseph. Für mich bist du kein guter Mann. Weil ich denke, weil wir viele anderen auch nicht. Oh. Ja, ja. Ich bin schon quick. Keine Sorge. Okay. Hey, jetzt falle ich mich wohin denn. Das ist echt praktisch mit der Iris. So, jetzt erzielen. Perfekt. Ich glaube, so genau musste man da nicht sein. Oh. Hallo, Prototypen. Ey, ihr seid ja doch ganz stark eigentlich, ne? Aber meine Legion hat Chate irgendwie da hinten. Ich weiß ja auch nicht. Ach, weil es die hier Legion ist. Okay. Jetzt macht das natürlich Sinn. Kannst du heulen? Bringt es was bei euch? Ja, tatsächlich. Okay. Sehr schön. Ich habe gerade irgendwie ziemlich vielen Gegner auf einmal Damage gemacht. Die eine ist auch schon tot. Okay. Why not? Okay. Ja, ja, ja. Du bist tot. Sehr schön. Dann war da gleich noch eine. Ja. Ja. Hey, Akiras, ihr seid nicht krass. Seht ihr, wie die kämpfen? Oh, das ist so coole Details. Ich mag es richtig gern. Hallo, Hall. Ist irgendwie mich reingeportet? Wer kennt es nicht? So, Akira, wir kommen. Ah, Moment. Da war noch was genau. Es ist mir schon klar, dass ich da nicht reintreten darf. Oh nein. Die verwandeln sich deswegen gleich drauf, gleich drauf, gleich drauf. Oh ja. Okay. Ich glaube, ich habe einen Down gehabt. Ja, nur noch einen erlebt. Ha, geil. Sehr schön. Und du bist auch bald tot. Ich will nicht meine Special-Fähigkeit benutzen und mit meiner Legion transformieren. Wieso sehe ich eigentlich bei manchen Gegnern wie viel Leben und bei manchen nicht so? Macht keinen Sinn. So, dann kannst du dich ausruhen, während ich weitergehe, Schwertlegion. Keine Sorge. Alles gut. Okay. Da gehe ich noch nicht rein, denn da vorne ist noch eine Truhe. Spann dich. Und. Ich habe jetzt eigentlich so wieder Kristalle gedacht, dass die auf und drauf knallen, aber gut, wenn nicht, dann passt das natürlich auch. 10% der Materie, okay, ja, wie gesagt, bis jetzt war ich echt gründlich. Es wartet schon noch jede Menge auf uns. Portal öffnen. Mit einem neuen Gegner da drin. Einem Eisgegner, wie mir scheint. Arr, warum auch immer der Irish heißt, ich habe eigentlich Arr gelesen. Ach komm, so knapp. Da, Legion, lenk ihn ab. Bitte, ja, dankeschön. Muss ich ihn? Muss ich ihn? Ja, gut, dann einfach drauf da. Okay, ach so, was ist das? Ja, ja, okay. Langsam kapiere ich. Komm her. Sag, mit so einem Kombi-Angriff, da macht man immer ganz gut damage. Genau, er ist nämlich Kao. Oh, wow. Wow, viele Leben hat er nicht, ne? Das soll mal gesagt sein. So, sehr schön, dann wieder auf und drauf. Okay, warum auch immer er jetzt nicht Kao ist, aber wir machen ja ganz gute Fortschritte. Also ich lieber mal so das da, oder trinke ich besser gesagt. Ja, also viele Leben hat er tatsächlich nicht, wenn man an ihn rangeht. So, ja, perfekt. Ich glaube, ich müsste mich nicht mal heilen. So, zerstört. So, mit Rang D, aber Leute, was juckt schon der Rang, ganz ehrlich. Okay, im nächsten Part, das wird dann wahrscheinlich auch der letzte Part sein. Ich vermute mal, weil wir sind hier im Finale und sind schon relativ gut vorangeschnitten. Machen wir hier weiter und gucken, was Joseph vorhat. Bis dahin, Leute, und haut rein und noch viel Spaß. Ciao.